Hey Leute, heute habe ich mal eine Info für euch und zwar wollte ich euch sagen, dass ich bald nicht mehr einfach Laila Blue heiße, sondern ich heiße dann Laila MH Blue, MH steht für Monster High und ja, also ich drehe aber immer noch Ever After High Videos auch noch und ja, hoffe ihr habt nichts dagegen, also wundert euch dann nicht, wenn ich nicht mehr Laila Blue heiße, sondern Laila MH Blue, bitte deabonniert mich dann nicht, wenn ihr denkt, hä, wer ist denn das, wenn er mich da denn abonniert oder irgendwie sowas und ja, und ich wollte noch etwas sagen, ich werde jetzt nicht mehr die Serie, also eine perfekte Fußballerin weitermachen, weil das ist Stopp Motion und das ist ein bisschen schwer zu machen und hoffe, das ist nicht schlimm, aber ja, ich mache die Serie halt nicht mehr weiter, aber in dieser letzten, also in der nächsten Zeit kommen viele Musikvideos, also Stopp Motion Musikvideos, weil ich habe auf einmal so viele Ideen und es macht mir auch sehr Spaß, Stopp Motion Musikvideos zu machen. Okay, und ja, hoffe ihr habt nichts dagegen und wie gesagt, bitte deabonniert mich nicht, wenn ihr denkt, dass ich nicht ich bin. Ich heiße nämlich jetzt Laila MH Blue. Okay, bye!